Der außenpolitische Sprecher der ÖVP ist am Weg zum Pult, Reinhold Lupatka. Herr Präsident, Herr Außenminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Vorrednerin hat sich sehr ausführlich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt und von Ankündigungspolitik gesprochen. Das ist unrichtig. Die Spenden sind ja tatsächlich verdoppelt worden, die hier bis Ostern geflossen sind. Und auch das Budget ist deutlich erhöht worden. Also das sollte man schon auch sehen und nicht alles schlechtreden, was von dieser Bundesregierung kommt, meine Damen und Herren. Ich möchte mich aber jetzt mit einem Antrag beschäftigen, der auch unter diesem Tagesordnungspunkt diskutiert wird. Da geht es um die Hispola, die Partei Gottes, wie sie sich nennt, entstanden 1982 als eine revolutionär-schiitische antiwestliche Organisation, auf deren Konto viele, viele Attentate gehen. Die Hispola ist aber mehr als nur eine militärische Organisation, das muss man auch sehen, die Attentate verübt. Die Hispola ist auch eine politische Organisation mit einem großen sozialen Netzwerk, das auch andere terroristische Gruppen haben, die ihnen dann oft auch einen notwendigen Rückhalt geben, auch bei einfachen Menschen, die in Wirklichkeit mit Terror nichts zu tun haben wollen. So gesehen kontrolliert die Hispola im Libanon, wo die politischen Verhältnisse sehr labil sind, zum Beispiel im Süden von Beirut, weite Bereiche der Stadt in der PKA-Ebene und auch im Süden vom Libanon direkt an der Grenze zu Israel, das tagtägliche Geschehen. Und politisch läuft in diesem zerrissenen Land, früher genannt auch die Schweiz dieser Region, politisch läuft hier nichts ohne die Hispola. Das muss man sehen. Die sind dort ein maßgeblicher Akteur. Und dieser maßgebliche Akteur wird aber außerhalb vom Libanon massiv vom Iran eingesetzt, wenn es darum geht, militärische Interessen durchzusetzen. Und die Hispola ist auch sehr eng mit dem Iran und zieht sich auch dem obersten Führer im Iran, Ayatollah Ali Khamenei, verpflichtet. Und der Kern der Weltsicht der Hispola ist, dass sie den Staat Israel vernichten wollen. Bei Aufmärschen rühmt sich hier die Hispola, dass sie der Widerstandskämpfer in der Region sind. Und natürlich hört man auch immer wieder dort und sieht es auch bei Transparenten, dass man Israel den Tod wünscht. Das hat jetzt dazu geführt, dass weltweit westliche Demokratien beschlossen haben, in nationalen Parlamenten, aber auch in internationalen Organisationen gegen die Hispola vorzugehen, in der Form, dass man sie als terroristische Organisation einstuft. Die USA, Kanada, aber auch in Südamerika, Argentinien oder im Bereich von Ozeanien, Australien sind zu dieser Beurteilung gekommen. In Europa, Großbritannien, die Niederlande, jüngst Deutschland. Und, was auch interessant ist, bereits 2016 hat die Arabische Liga 2016 ohne Gegenstimme, ohne Gegenstimme, in der Arabischen Liga ist auch der Libanon, damals die Hispola im Gesamten als terroristische Organisation eingestuft. Wir in Europa sind wie in anderen Bereichen hier auf halbem Weg stehen geblieben. Eschten war damals die Außenbeauftragte, Catherine Eschten. Und die Europäische Union hat sich nur durchringen können, den militärischen Flügel, der Hispola, als terroristische Einzelstufen, aber nicht die Gesamtorganisation. Damals hat Eschten diesen kleinsten gemeinsamen Nennern damit begründet, dass man den Libanon nicht destabilisieren möchte. Und daher hat man hier nur eben den militärischen Flügel als terroristische Einzelstufen eingestuft. Inzwischen sind aber die Terroranschläge weitergegangen. Wir haben uns weniger mit solchen Organisationen beschäftigt. Covid-19 hat alles zugedeckt. Aber ich glaube, es ist wieder an der Zeit, dass wir uns auch mit anderen grundsätzlichen und für die Entwicklung der Welt wichtigen Fragen mehr beschäftigen. Ob das die SDGs sind, ob das der Klimawandel ist oder auch der Umgang mit Terrororganisationen. Und da ist es höchst an der Zeit, dass die Europäische Union sich mit dieser Frage wieder beschäftigt, weil auch immer mehr nationalstaatliche Parlamente hier ihre Position geklärt haben. Und dass wir, und das ist so wichtig bei solchen Organisationen, der Legendenbildung ein Ende setzen. Nämlich der Legendenbildung, dass wenn die Hispola Gewalt anwendet, wenn sie Bombenattentate hier verübt, wenn Raketen nach Israel geschossen werden, ist das immer bei der Hispola gerechter Widerstand. Es ist Selbstverteidigung und Terror wird immer nur von den anderen ausgeübt. Hier müssen wir klar sagen und dieser Legendenbildung ein Ende betreiben, die Hispola ist keine Selbstverteidigungsorganisation. Nein, sie ist eine Terrororganisation, umfassend eine Terrororganisation. Und das sollte auf europäischer Ebene passieren, denn damit nimmt man dieser Organisation auch das, was sie so bitter notwendig hat, nämlich politische Legitimität. Und das ist für mich das Entscheidende, wenn solche Verbote ausgesprochen werden, dass man hier klare Unterscheidungen damit trifft, ob etwas legitim ist oder nicht. Und Terror und Gewalt und Raketen können niemals legitim sein. Da ist es höchst an der Zeit, dass die Europäische Union hier zu einer klaren Sprachregelung kommt. Danke. Applaus Applaus Vielen Dank.